Die Ejakulation von 60 Sekunden auf 60 Minuten verzögern und nie wieder vorzeitiger Samenerguss. Wie das funktionieren kann, erfährst du genau hier, bleibe bis zum Ende dran. Es könnte doch einfach so schön sein, da ist diese tolle, heiße Frau, mit der du gerade einfach nur genießen willst. Es wird intimer, ihr kommt euch näher, aber du merkst schon, dass du irgendwie immer nervöser wirst. Denn du weißt, es ist dir schon so oft passiert, dass du einfach dann, wenn es richtig zur Sache geht, auch schon wieder vorbei bist, weil du eben zu früh gekommen bist. Du wünschst dir aber, der fantastische Liebhaber zu sein, den deine Partnerin verdient hat. Doch das gelingt dir nicht, weil der Druck ist riesig und die Angst zu versagen wird mit jedem Mal, wenn es passiert, immer und immer größer. Das Problem sitzt bei den meisten Männern wirklich im Kopf. Wir schaffen es nicht, den Anspruch an uns selbst zu erfüllen und enttäuschen uns und natürlich auch unsere Partnerin immer und immer wieder, wenn es eben nicht klappt. Die Last wird groß. Da ist dieser Druck. Wir denken, wir müssen performen. Wir müssen es doch schaffen zu kontrollieren. Wir wollen es so sehr, aber es klappt einfach nicht. Die Angst, die Befürchtungen, der innere Druck versetzen unseren Körper in einen unterbewussten Alarmzustand und dadurch erleiden wir negativen Stress, der die Nervenbahnen überreizt und uns die Kontrollmöglichkeiten nimmt. Der Körper will aus diesem Alarmzustand rausfliehen. Er will sich erleichtern. Er will aus dieser druckhaften, stressbesetzten Situation raus. Und das tut er dadurch, dass er dann unterbewusst den Ejakulationsreflex auslöst und wir den Samen abspritzen und dann eben zum Orgasmus kommen. Die Folge, wenn es immer und immer wieder passiert, bewegen wir uns in einer Art Teufelskreis. Wir wollen es verzögern. Der Wille ist da, aber es funktioniert einfach nicht. Mit jedem erfolglosen Versuch bestätigen wir uns aufs Neue, dass wir es nicht können. Was dann dazu führt, dass unser Selbstvertrauen immer mehr beschädigt wird. Irgendwann vermeiden wir die sexuellen Situationen komplett, was zum Ende der Beziehung führt und da brauchen wir natürlich eine Lösung für. Die Lösung ist, durchbreche den Teufelskreis. Finde den Ausweg, denn glücklicherweise gibt es fast für jeden Mann Lösungen. Jedermann kann wirklich lernen, die Ejakulation zu verzögern. Wir reden dabei nie um ein körperliches Problem, sondern immer um ein Problem des Kopfes. Wie wäre es denn für dich, wenn du es auch schaffst, die Ejakulation nach Belieben zu kontrollieren? Stell dir das doch einfach mal vor. Statt voller Panik zu sein, bist du einfach ganz selbstbewusst. Du freust dich auf die sexuellen Erlebnisse mit eben genau deiner liebsten Partnerin, weil du weißt, wie du die Ejakulation verzögern kannst. Es entsteht nicht mehr diese peinliche Situation, wenn du plötzlich kommst, denn du hast gelernt, dass es endlich funktioniert, auch bei dir. Was dann dazu führt, dass du den Sex mit deiner Frau immer mehr und mehr genießen kannst und ich kann dir dabei helfen, das zu erreichen. Endlich wieder auf Sex freuen, selbstsicherer werden, den Druck loswerden und in die Leichtigkeit hineinkommen. Wenn das für dich spannend ist, dann lass uns unverbindlich in einem anonymen Beratungsgespräch kennenlernen. Dazu klick unterhalb des Videos auf den Link zu unserem Terminkalender. Gemeinsam schaffen wir es. Dein Nils. Ciao, ciao.